Moin Leute! Herzlich Willkommen zurück auf Halt's a Map in Halt's a Map Krimi. Ja, hätte ich mir auch sparen können, den Wagen ins Tal zu fahren, ne? Wir brauchen den noch wieder. Denn wir haben hier gerandet in der Malleue mit der Grasweite Silage oder was das? Weite Silage war das? Nein, die müssen wir mal eben zusehen. Damit wir die von da wieder wegkriegen. Das heißt, wir können sie alle verklappern. Das wollen wir eben fix machen. Ja, fix ist das wahrscheinlich auch, ne? Ähm, da brauchen wir wahrscheinlich auch ein bisschen länger für, ne? So, der Stefan hat mich angeschrieben. Man kann da was erholen, wo ich war. Das liegt wahrscheinlich an meinem IHC, dass der etwas über dem Trigger ist, weil die Einhängerkupplung ein bisschen komisch ist, ja? Kann alles wohl sein, ne? Ich habe das eben mit dem 1455 nochmal probiert. Ich kriege da auch kein Wasser raus. Aber das ist auch nicht so schlimm, ja? Davon lassen wir uns halt nicht unterkriegen. Und, äh, die Ballen, wenn ihr die einstreuen wollt, dann musst du die im Liegebereich absetzen. Das können wir später noch ausprobieren. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt eben fix zusehen. Das wird die Silage, die wir mal aus dem Mistbereich rauskriegen, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ihr wisst ja, meist nehme ich am Stück auf. Ich mache heute Abend noch eine Folge. Ihr seht's. Ist es halb sieben oder was? Ja, halb sieben. Ich hatte noch Bock. Hier, guck mal, jetzt werde ich glaube ich wieder Fernsehen gucken. Der Receiver ist outdoor. Ja, das geht wieder, ne? Schicki, feini. Aber ich hatte noch Bock, weil Holzer Map, weiß ich nicht, ist für mich wie Frühling. Wisst, Frühling, bin ich draufgekommen, habe ich mich zu Hause gefühlt. Das ist bei der Holzer Map genauso. Du kommst hier drauf, spielst, du fühlst dich irgendwie zu Hause. Wenn man dieses Gefühl auf einer Map hat, dann macht das einfach nur Spaß, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also, echt top hier, ne? Kann man immer wieder nur sagen, aber wie gesagt, jetzt lange Rede gar keinen Sinn. Wir müssen jetzt zusehen, dass das Zeug da rauskommt. Ja, und dann, eigentlich wollte ich ja in den Wald gucken, was da so vorsehen ist. Aber das wird dann wohl erst später des Tages, weil wir sind sonst durch mit unseren Arbeiten. Ja, wir können die Kühe eingrasen, aber das wollen wir auch gar nicht unbedingt so. Kann sein, dass wir da ein bisschen früher mähen, ne? Wir müssen ja die letzte Wachstumsstufe haben, denn unser Heu wird auch ziemlich knapp. Dass wir wahrscheinlich schon im Mai anfangen zu mähen, ne? Obwohl, wir sind erst dritte Woche April. Wir müssen mal gucken, wie sich das alles so verhält. Vom Wachstum und so, hier haben wir ja auch noch eine Maver... Ne, das ist eine Rinderweide, ne? Da könnten wir irgendwann mal zwei, drei Rinder draufstellen, ja? Und wichtig ist mir, dass meine Tiergesundheit irgendwann auch mal hochgeht, ne? Die ist ja auch noch nicht ein Stüssel. So, mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Also, das weiß ich auch noch nicht. Ich habe ja da Vermutungen, aber wir werden es ja sehen, ne? Ein paar Obstbäume haben Wasser gekriegt, die ein paar Äppel da produzieren können, ja. Den Rest sehen wir dann, ne? Können wir alles hier zwischendurch machen. Aber wie gesagt, primär wollte ich jetzt erst zusehen, dass ich die alte Silage hier rauskriege. Das wäre ja schon schicke Feini, ne? Wie gesagt, ich habe das nochmal mit dem Wasserfass mit dem 1455 probiert. Da scheint die Anhängung auch wohl nicht so original zu sein. Wir könnten das höchstens nochmal mit dem Hoflader probieren. Aber wie gesagt, davon lassen wir uns nicht unterkriegen, ne? Dann ist das halt leider so. Kann man nicht ändern. Shit, da doch. Wir haben ja so einen alten Wasserhahn, da können wir uns erstmal mit behelfen. Das ist ja wohl der kleinste Übel, ne? So eine Schleppe aus, Tür auf, Brust gehüpft. Ja, wir können das wahrscheinlich mit diesem machen. Und man muss die Ballen wohl hier auf die Liegeboxen drauf stellen. Dann, ähm, wie heißt das? Soll das wohl funktionieren, ne? Sag mal, wer packt denn hier sein Auto hin? Ich brauche ein Bild. Haha. Druck. Äh, falsche Taste, ne? Was ist hier hin? Druck. Danke. Jetzt hat er gedruckelt. Perfekto. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir laden das Zeug jetzt auf. Weil, was sollen wir uns da jetzt hier mit rumärgern? Ähm. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe keinen Plan, wie das jetzt hier reinkommt. Füttern wollen wir es nicht. Wir sind ein Heulmilchbetrieb, also bleibt hier praktisch nur noch eine Option. Aufladen. Weg mit Zeug. Ne? Richtig? Richtig. Wie hießen Silage? Ne, das dürfen wir nicht füttern. Wir sind Heulmilchbetrieb. Und das Einzige, was wir noch gucken können, ist, ob wir diesen Milch-Dingsbums. Das dürfen wir, glaub ich, füttern, ne? Ist ja Kraftfutter, oder? Wir hätten die Pike nehmen sollen. Ist wahrscheinlich taktisch klüger, wenn wir die eben umhängen. Ja, machen wir gleich eben. Ich glaube, du kannst besser doch mit reinfahren, wie mit Schüppchen. Ja, lass uns eben tauschen. Äh, ja. Lass uns mal eben tauschen, geht das? Wie vor uns gemerkt, hast du gesehen da? Ähm, Schüppchen. Vornehm mal eben ein. Gucken wir mal eben ein bisschen hier zwischen Porken, weh. Dann machen wir eben den Rückwärtsgang rein. Wir müssen das Zeug da gleich eben noch von entladen. Lassen wir eben gucken, ob das mit dem hier geht. Weil hier hinten in der Ecke muss irgendwo der Trigger sein. Von der Aqua Miserable. Aber ich krieg auch hier kein Wasser. Vielleicht sollten wir nochmal ein Stück rüberfahren. Hab keinen Plan. Vielleicht stehe ich auch falsch. Aufklappen muss ich es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann auch am Wasserfass liegen, weil das ja eine gekürzte Version ist. Ähm. Wir müssen uns nichts vormachen, ne? Wir stellen das erstmal hier wieder an die Seite hin. Kann ja... Kann an so vielen immer liegen. Da muss man ja nichts gegen sagen. Und so. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt hier so ein Ding. Das können wir eben schnell nutzen für die Selex. Da mach ich mich auch gar nicht bange drum. Denkst du das bitte mal ab? Mein Schwader rutscht, ne? Das ist nicht schön. Läuft ja hier wie ein Länderspiel. Nur nicht so schnell. Hoppa. Ne, wollen wir jetzt nicht an den Portipique gehen. Muss die Lange vorn, man. Also, wir haben hier noch eine Heumig-Ration drin, ne? Ich hab das hier einmal reingemacht, um zu gucken, ob ich hier schlecht gefüttert hab, ne? Aber es war alles richtig. Die ganzen Reiter waren voll. Ich hab's ausprobiert. Ist okay für mich. Musste ja auch mal testen, ne? Ähm. Gebe ich auch offen und nicht zu, hab ich gemerkt. Jo. Könnt ihr mich für anklagen? Ne. Ich hab's einfach nur ausprobiert. So. Wie gesagt, mit der Strohballe, wenn's geht, in die Boxen vorn hat der Stefan nochmal geschrieben, ne? Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Ähm. Müssen wir dann ausprobieren, ne? Wir haben auch noch nicht eingestreut. Weizenstrom. Und mir geht's jetzt echt darum, dass das Zeug hier rauskommt. Weil das muss ja nicht... Oh, wir haben den ersten Mist da, glaub ich, drinnen. Muss ja nicht unbedingt da drinnen rumfliegen, ne? Äh. Nein, das wär ja schick. So. Ein bisschen langsam entladen. Ist ja kein Problem für uns. In der Zeit könnten wir schon mal gucken. Die Tiergesundheit wird noch nicht hochgegangen sein. Flegvieh. Heu mich, Bulle. Die Gesundheit geht nicht hoch, ne? Ich hab, ähm, die auf Dingsbesaum bestellt, ne? Auf künstliches Besaum erstmal, weil dem fehlt hier noch irgendwas, ne? Mass-Bonus 8%. Achso, da ist nix drinne. Der soll ja auch nicht gemistet werden. Der soll ja eigentlich hier unsere Kühe. Ihr seht, da ist alles drinne. Milchaustauscher brauchen wir ja auch nicht. Die haben alles, also... Ich schätze, das wird, weil ich auszusehen das erweiterte Tiersysteme am Anfang mit drinne habe, damit zusammenhängen. Wir müssen gucken, ob das was wird. Und wenn nicht, müssen wir die leider verkaufen oder was? Ich hab keinen Plan. Aber davon lassen wir uns jetzt mal nicht unterkriegen. Weil er endlich hier auch gar nicht alles rausnehmen will. Ich hab das Ding auch, den Arm zu lang. Oh, Junge. Ich fahr wie der Letzte. Jappel hier. Ich will doch einfach nur das Zeug hier raus haben. Das geht ja wieder super. Zeck, da kommt hier schon wieder was? Na, ich will hier nicht nur groß Dingsbums Müll. Ich will hier normal... Normal Mist. Junge, Junge, hast du gesehen? Direkt schon wieder nachgesporen. Dann nochmal. Was ist das? Macht der jetzt hier nur Mist oder wer? Hier geht meine Tür schon wieder. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Den wird alle mal nachgesporen. Entschuldigung. Was im letzten Deutschlandvideo ist. Mama auch zu sehen, ne? Kam auch hier rein. Ja. So ist das, ne? Mit die Mamas. Nichts hat ihr glaubt, ich hättest ehrlich immer Müll. Die steht hier andauernd neulings. So, laden wir das auch noch auf. Kein Problem für uns. Irgendwann, es geht jetzt mal nicht nachsporen. Wir wollen ja auch irgendwie mal das Ding hier leer kriegen, ne? Ich verstehe es immer noch nicht. So. Irgendwann. Der ist schon wieder! Das kann es doch nicht sein. Was ist das? Ja, so kannst du auch Geld zusammencheaten, du. Vor allem, wenn du nicht mal weißt, warum. Junge, Junge. Gut, dass ich das während der Aufnahme mache. Das glaubt mir ja keine Sau. Bisschen bescheiden jetzt im Laden gerade, ne? Das ist schon wieder voll. Ne, ne, ich hab wieder was nach. Ich brauch das Zeug nicht. Ich kann das höchstens den Nachbarn verkaufen, aber... Ich weiß nicht, ob der das haben will. Ja, schon wieder. Das ist doch nicht normal. Ist das normal, oder was? Ha, 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 ha! It's... Mysterious. Welcome in Svenis World. Galileo Mystery, oder? Wie heißt das? Das ist ein Fall für die Mistbusters. Ich glaube meine Kühe machen keine Milch, die machen Woi die Silage Jetzt bauen glaube ich mal ausnahmsweise Nix mehr nach Ja hast du dir gedacht Die können wir ja gar nicht gegen schippen Guck mal Das ist doch Mysteriös Wie kommt das Zeug da alle hin? Oh wir haben Error Ach das war Radio Also Radio Radio hat Error Das ist schick Kann man das Radio Error haben Du So wir nehmen da jetzt erst noch eine raus Und dann gucken wir mal Sporn wieder So wir nehmen nochmal ein bisschen raus Ja 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 okay Das ist ja schön Deswegen kriegen wir auch kein Mist Wahrscheinlich ist das der ganze Mist Das ist ja schade Oh es bohren echt nichts mehr noch Guck mal Ich pieke voll Supi dupi Äh nicht pieke Worgen voll Gucken wir mal Gucken wir mal da noch ein bisschen was rauskriegen Ja 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 So ist das in dem Leben ne Da wollen wir das mal eben verkloppernd fahren Das ist doch Mysteriös Oder Nimm was denn los Oh Da ist Uppe Oh man Hämme hier Der Tau Jo jetzt geht's nicht besser Ne Ja Guck mal Was macht ihr denn Seit wann kackt ihr denn Graßillage Mysteriös Ja dann werden wir das Erstmal so So ein bisschen hinnehmen müssen Weil Wir haben jetzt 18.000 Liter Gleich glaube ich Im Morgen Ne Ich hab keinen Plan Leute Ich bin ganz ehrlich Das ist echt mysteriös Und Tiergesunde Da geht auch nicht hoch Halt stopp mal Bevor wir losfahren Lasst uns mal eben hier wegen der Verpreisung gucken Äh Steht das hier irgendwo Gras aufbereitet 14.000 Liter im Lager Okay Wiesenheu Wir müssen glaube ich hier zum Ding Zum Zum Ballenverkauf Wiesenheu Silage Ballenverkauf Viehhändler Okay Abflug Der Vieh droht immer eine längere Folge Das Wir das bei ihm zusammen verklappern Und dann muss ich mal gucken Ich weiß nicht woran das liegt Ich will aber nicht unbedingt jetzt Neuen Spielstand anfangen Also nochmal alles von vorne Dann weiß ich auch noch nicht Muss wahrscheinlich drauf hinauslaufen Wie der Schon mysteriös Also wenn das alles Mist ist Was wir jetzt hier wegfahren Das ist ja bares Geld Aber Vor allem Du kannst ja nichts dagegen machen Du schüppst es weg Und es wird immer und immer mehr Ach der hat den Rogen Der trägt der Siehste Der Mäxte Der Power Das ist ja immer wieder Wer gut fehlt Hat Verstanden Boah Ich möchte jetzt nicht die Hater Kommentare sehen Ne Ne Der Rotpferd Der führt Ach hier geht's berch hoch Ach kein Wunder Fettes Fressen für euch Junks und Mädels Und was dann nicht nur alle rumläuft Ne Wie kommen wir denn da jetzt hin Irgendwie ist er auf mich drauf gerumpelt Oder was Da ist die Bude wieder Der Wagen ist nicht mehr so ganz tüffig Fußvolle Kupplung Ah da müssen wir da hinkippen Hoffentlich können wir da jetzt so hinkippen Dann muss sie ja Und hier haben wir die Porte der Pöppes Ich kann noch 10 Kilometer zurück Geht mal aus die Schose Aber liebe Leute Wie seht's Kohle kommt rein Kann ich nichts für Ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hier Ne Wenn's euch gefallen hat Würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen Bin ich ja ganz ehrlich Und wenn's euch gefallen hat Hier auf dem Chaos Kanal Und ihr wollt nichts mehr verpassen Ähm dann würde ich mich echt Über ein Abo freuen Und dann würde ich sagen Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020